Heyo meine Schnitzel und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Let's play The Binding of Isaac Afterbirth. Ich habe vorhin schon mal versucht eine Runde zu spielen und es war einfach kacka. Die Grit-Mode werde ich nie im Leben schaffen. Ich habe eine Idee. Es gibt ja Daily Runs. Also machen wir einen Daily Run. Oh yeah, das ist schon mal mies. Bitte sagt mir, alle haben das gleiche. Mal gucken. Okay, ist gar nicht mal so gut, aber... Ja. Daily Run haben wir eigentlich... Im Daily Run haben wir eigentlich immer... LOL. MLG-Spinne. Ich bin MLG, weil ich eine Spine bin. Ich hasse Spinnen. Vor allem MLG-Spinnen. Die mich dann so MLG anspringen und dann sich denken... Oh, 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 ich bin geil, ich kann die töten. Bitch. Bitch, please. Es gibt... Halt mal. Was bedeutet DR und was bedeuten diese Schuhe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Pew, 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 pew. Pschu. Ich habe nicht genug Money. Warum ist da ein Knopf? Ich will an diesen Knopf. Oh mein Gott, der Wafer. Wow. Das hat sich gelohnt, Leute. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ich glaube, es geht diese Runde auf Shot Speed. Jetzt brauche ich nur noch einen Schlüssel, komm her. Hat er Angst, ne? Ohne diese Steine fällt er sich mal voll vorgeschickt. Und da ist auch unser gewollter Schlüssel. Hier können wir sprengen und bekommen ein neues Herd. Ich glaube, wir haben gute Chancen auf dem Devotil. Oh mein Gott. Hätten wir jetzt nicht so ne... Das Spiel ist abgekackt. Hätten wir jetzt nicht so ne Kack Frisur. Dann könnten wir... Dann könnten wir das von hinten sehen, weil das sieht voll creepy aus. Ich bin grad... A little brain fit. Infinity... Kann ich das hier irgendwie... Oh geil, wie viele blaue Steine hier einfach sind, ne? Infinity... Jetzt kann mir Monstro keiner einen Schaden mehr machen. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie beim Hasch. Habt ihr schon mal gegen den Hasch gekampft? Oder habt ihr gesehen? Das ist ja auch immer so, dass er Tränen schießt und die kommen dann von unten oder von der Seite wieder her und das sieht cool aus. Und... Wir haben gewonnen. Wir sind die Masters. Auf Disasters. Bitte hält es ab. Bestimmt hält es... Oh Gott. Bestimmt hält... Oh Gott. Ich wollte eh nichts davon haben, aber davon abgesehen. Oh Gott. Was war das jetzt von mir? Lol. Ich bekomme einfach bei diesen. Ich wollte eigentlich nichts davon haben, aber... Wenn es mir so aufs Auge gedrückt wird, dann nehme ich es doch mal. Aber ich wollte wirklich nichts. Also ich habe es jetzt einfach nur genommen, weil... Keine Ahnung. Langweil. Man weiß es nicht. Wer wisst dich. Weil ich bin ein Egoist. Ich will den ganzen Raum für mich alleine. Und diesen Raum will ich auch für mich alleine. Ich will alle Räume für mich alleine haben. Alle. Damit ist eigentlich... Das bringt mir wohl, so wie es aussieht auch. Spectral Tears. Oh mein Gott. Gut. Ich bin im Einkaufen. Du weißt auch nicht wo. Wo ich diese Weihnachtstüte hin gepackt habe. Ne? Wo ich da unsere Weihnachtsgeschenke reinpacke. Diese riesengroßen Tüten. Damit ich die einzelnen Geschenke nicht einfach muss. Ne? Passt nicht. Oh mein Gott. Ich muss das jetzt glaube ich rausschneiden den Ton. Ich habe keinen Bock zu schneiden. Oh no. Aber dieser Rand läuft so super, dass ich ihn nehmen würde. Muss tun. Ach man. Ich bin so konzentriert du. Dann bekomme ich erstmal eine Nachricht, dass jemand, den ich in einer Freundespflichte habe, irgendwas zubiert. Tio. Das sieht voll cool aus, Alter. Voll cool. Oh Gott. Was spuckt dir da aus, der da was ausspuckt? Oha. Übertreib halt direkt. Übertreib halt direkt. Ich habe noch nie in der lila Form gesehen. Ich dachte der wäre geführt. Oh, ich wette ich muss das nehmen, um um Schlüssel zu bekommen. Wow. Gellertroll. Oh, mir war das mal ohne Bosseitum. Gut. Gut. Out of the dark, the dark, the dark. Es gibt die Stimme, die dir sagt. Into the light, to the light, to the light. Ich renne da rein. Ich dödel, Alter. Schon wieder. Wer braucht das schon? Wer braucht das schon? Wer braucht das schon? Also ich mach neben. Der will hier. Nice. Aber wir gehen wirklich so. Shot Speed. Scheiß auf Damage. Es ist schon lustig. Und ich wurde zweimal getroffen. Ich liebe dieses Run. Dieses Run makes me very, very hippie. Energie. Wisst ihr was? Ich probier's. Dieses Spiel will mich trollen, oder? Oh, Spiel. Please. Soll ich da rein? Soll ich da rein? Ich weiß es nicht. Das hat sich irgendwo schon gelohnt, aber auch nicht. Ich hätte direkt reingehen müssen, um das Item da oben bestimmt zu bekommen. Okay. Ach, Mann. Nächste Ebene. Nächstes Glück. Neue Ebene. Neues Glück. Hihihi. Hihihi. Kein Klopapier. Kennt ihr diesen Moment? Und? Hier sitzt so. Hier sitzt so. Auf Klo. Und shift so richtig. Und dann bemerkt ihr. Oh mein Gott. Ich hab kein Klopapier. Und dann so. Oh. 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 Ich bin der Weihnachtsmann. Ja, der bringt euch da ein Klopapier. Jedes Mal. Kennt ihr das? Ich bekomme jedes Mal Klopapier vom Weihnachtsmann gebracht. Ich frag mich, was mit dem los ist. Hat ja nichts anderes zu tun, als mit Klopapier zu bringen. Tja. Komischer Typ, du. Komischer Typ. Ich hab grad irgendwie schon teilweise Angst vor meinen eigenen Tränen. Lockdown. Paralyse. Hihihi. Ich brauch gar nicht die Richtung, um in die Schieße zu wichsen. Okay. Auf dieser Ebene darf ich zumindest entlegen. Ah, jetzt im Raum. Und das auch. Ich hätte bei Ihnen... Ich hätte es machen sollen. Aber... Telepils. Oder die Energie. Ich nehm die Energie. Mehr Energie. Ist ja jetzt ein bisschen gedauert, bis Schaden gemacht hat. Das Spiel will mich verarschen, oder? Mein Gott. Die haben Maiskölbchen drin. Kölbchen vor allem. Dieses Spiel will mich doch verarschen. Dieses Spiel will mich doch verarschen. Please Spiel. Don't verarsch mich. Platz hinter. Platz hinter. Ich nehm das. Ich bin jetzt Gapi. Nehm das einfach nur, weil ich es kann. Dann mach' ich es so. und es geht weiter ok jetzt wenn wir das jetzt noch verlieren jetzt noch verlieren dort wäre peinlich hier traue ich die energie schon wieder nicht dafür brauche ich das wow das hat mich gerade so hart gerettet leute und das glaubt ihr gar nicht welcher ebene tief 9 ist schon cool so als guppy ich war selten guppy bis jetzt selten 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 aber ich war dass ich dort viel lucky ist das lack ab das war auf jeden fall kein lack von mir ja wir brauchen kein schaden oder ähnliches merken wir sind kapie den schlüssel den wir brauchen preußen damit ist ja nicht immer glaube ich na ja mensch man kann nicht immer alles haben dort hat meine oma auch schon immer gesagt ich bekomme nur zu viel geld und keine schlüssel zu viele goldene kisten nie nie verkackte schlüssel was soll ne kack und monstros tot easy das war sogar monstros 2 bitches kein double deal was habe ich kein double deal bekommen und natürlich damage ab du siehst das ist an ach kann man ja mal mitnehmen kann man ja mal mitnehmen frage mich ob es ein richtiger arm war oder falsch ich frage mich generell ob das alles hier eine richtige entscheidung war münzen habe ich ja nicht zu viele von nein ich habe zu wenig münzen gehabt ja ja und wenn ich jetzt noch keinen schlüssel bekomme das das wäre perfekt da würde ich mich sehr drüber folien ein traum wird war keine schlüssel oh lol ich habe einen schlüssel wo kommt der schlüssel her wo kommt der schlüssel her hallo da passiert doch was was passiert da leute könnt ihr mir sagen was da passiert ist das schon wow ok Irgendwo ist das schon, wow Ach komm, klingt das was? Nein, okay Schade Wenn ich jetzt nicht zwei Räume bekommen würde, alter, das wäre treu gewesen Das wäre gar ein schön harte Treu gewesen Oh, süße Kleider Und hier kann ich mir kaufen, ein Schlüssel Eine Bombe, mal gucken, ob hier ein Geheimraum ist, ist er nicht Das hier, I can see forever Was ist das, dann können wir so Und da ist der Heimraum Oh, das ist ja Reus Polaroid Noch Mega-P-Items und was bist du? Sieht auf jeden Fall geil aus, aber ich würde sagen, wir haben die Daily Run geschafft Sind bei 14.000 Punkten und sind auf dem Rang 15.071 Vom Score und von 100 Zeit auf 108 Fehler 404 Mal 2 Wir haben zweimal den Fehler 404 Wow, nice Nice Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da, wenn ich da nicht Und tschüssi und bis zum nächsten Mal